Aufnahme, zwei Kanäle gestartet. Hi. Bob, do I do want the ball? I can say it's hard yet. Den Straßenverlauf von D72 Nach 500 Metern, links abliegen, auf Schachtflug E, Land Justice, Schilder nach Montag BG, Zitra Links abliegen, auf Schachtflug E, Land Justice, Schilder nach Montag BG, Zitra Links abliegen, auf Schachtflug E, Land Justice, Schilder nach Montag BG, Zitra Links abliegen, auf Schachtflug E, Land Justice, Schilder nach Montag BG, Zitra Links abliegen, auf Schachtflug E, Land Justice, Schilder nach Montag BG, Zitra Links abliegen, auf Lee Village, dann befindet sich das Ziel auf der rechten Seite Auf Lee Village, D542 nach Osten Richtung Trey des Arbre, D те In die Nähe, die Innere, die Innere, die Innere, die Innere, die Innere, die Innere, die Nach 200 Metern Aufnahme zwei Kanäle gestartet. Auf Lea Village E542 Ab Thedesgader W189 nach Süden Richtung Cheminat starten. Nach 300 Metern rechts abbiegen auf Lafayette. Rechts abbiegen auf Lafayette. Ein schönes Haus. Ist das Schwule oder was ist das? Ich weiß nicht, ob das hier die Therme sind oder was. Ich finde, dass sie da geredet haben. Siehst du da so Sonnenstülle oder was? Ja, Therme. Nach 300 Metern rechts abbiegen auf Buskant. Nichts abbiegen auf Buskant. Jetzt sind wir jetzt an den Ebenen auf Neurobond. Vielen Dank. 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 Vielen Dank.